So, dann haben wir beide Hände ans Seil. Gemeinig? Geschenk. Gemeinsam? 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 Gemeinsam. Da geht's. Das ist schön. Jetzt von vorne und neben. Ich habe euch gefragt, ob ich zu sehen ausgeregt bin. So, merkst du, dass der Tod sich hält? So, wieder ausdrecken, zieh, immer weiterziehen, immer Füße stehen lassen und weiterziehen. So, weiterziehen, weiterziehen, immer weiter, bis du waardrecht bist, dann sag ich dir, wann du deinen ersten Schritt machen willst, immer weiter, weiterziehen, 20 mal ziehen, 19 mal, 18 mal, immer weiterziehen. So, jetzt kannst du dich weiter nach unten ziehen. So, jetzt kannst du dich weiter nach unten ziehen. Genau, unser Bein, aber erst ziehen, dann laufen. So, jetzt guck mal hier in die Kamera. Wink mal einmal, winken. Ach so. Okay. So, wenn du die Hände zudrückst, dann bremst du. Und wenn du die Hände locker lässt und das Seil durch deine Hände durchrutschen lässt, lass das Seil rutschen. Locker lassen. Genau, und je weiter du runterziehst, desto mehr darfst du mit deinen Füßen laufen. Am Anfang musst du noch ein bisschen ziehen. Ja, genau. Und jetzt kannst du das Seil durchrutschen lassen. Super. Genau so. Viel Spaß dir. Die Blutparade. Ja, du weißt, ich kenne die Blutparade. Ja, ich kenne die Blutparade. Ja, wer von euch hat denn alles ein Video? Alle. Alle. Ich kenne die Blutparade. Ich kenne die Blutparade. So, hier den Bokkei zu mir in Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.